ja schon lange nichts mehr von mir gehört lange pause gehabt aber jetzt geht es wieder los mit meinen blogs und zwar bin ich heute hier im gtien auf dem flugplatz und mit diesem flugzeug werde ich nachher mit fliegen mein kumpel der macht hier eine pilotenausbildung und ja ich bin gespannt wie das so wird weil hier drin sieht es ganz schön eng aus so so ich bin in meinem ganzen leben noch nie geflogen außer auf die fresse aber das ist ja schon mal und zwar fliege ich heute das erste mal mit mit so einem flugzeug mit tobias ein kumpel von mir der macht hier der macht hier pilotenausbildung richtig und fliegt heute das zweite mal allein also selber freust dich schon klar ich check gerade die liste für starten plan ist dass wir heute richtung herikstrophin werden einmal über unteren rüber richtung anklang quasi wir machen den sonderuntergang und ein paar tiefern fliege werden wir machen nur approach 50 50 das dass man ein bisschen über das magen drückt und dann können wir gegen 16 uhr 30 zur bürgerlichen abendämmerung wieder landen und der flug dort ungefähr alle verbunden und das aufgeregt ja schon ich bin noch nie geflogen also bin noch nie in urlaub geflogen ich war schon mal aber noch nie mit dem flugzeug unterwegs ist das erste mal mit dem flugzeug ist wie autofahren ja alles klar gut ja dann schauen wir mal wie es wird flugzeug das ist jetzt geht es gleich los so 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 so